Viewer Dream Okay Und den Nero Kann ich nicht lesen Okay, was haben wir hier? Gibt es überhaupt irgendeinen Loot? Oh, was haben wir hier? Okay, interessant Sie wollten in den Urlaub Aber ich bezeifle, dass irgendein Service noch existiert Eine Fluggesellschaft oder sowas Okay Ritas, Zellular Aha Okay Hm, was haben wir hier? Hm Oh, shit Oh, man Hm Okay, interessant Warum wurde das weggenommen? Um Wasser zu sparen Hm Aqua Schön Fast Focus Kamera Okay Oh Schade ist das zu Hm Was haben wir hier? Okay Hm Hm Na ja So Hm Wo ist Winston? Okay Winston Hm Noch einer, der gestorben ist Was haben wir hier? Ja Ja Was ist das denn? Äh, nee. Hm, okay. Das ist keine gute Idee, okay, Vincent hat hier gelebt, wieso er gestorben ist, aha, keine Ahnung, wer das ist, naja, East Wing, hm, okay. Was haben wir hier? Pferdesattel. Hm, okay, interessant. Hat der ein Pferd? Hm, okay. Okay, GNA. Was sollen wir hier? Hm, was haben wir hier? Was soll mitnehmen? Ach so, wir haben nicht mal was am Herstellen, okay. Gar nichts. Warum können wir dann hier rumlaufen? Die, 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 okay. Was haben wir hier? Was ist das? Hm. Okay. Ja, gut. So, Hulk-Modus. So. Ja, mach du mal. Geh vor. Tja. Tja. Ich hab schon ne Idee. Da drüben, da ist es offen. Ja, das war offensichtlich. Leer. Hey, Riley. Du weißt was, ich werde dich hoch und hoch. Ja, pack dich. Mal sehen, ob du es von der Inseite bekommst. Gute Anrufe. Das einzige, was offen ist, von 1.000 Läden. So. Hm. Tja. Siehst du was? Riley? Hm. Okay. Mach keinen Scheiß. Hm. 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 Interessant, hör das nämlich mit. Hm. So stupid. Yeah, bad ass. Now roar. Hm. Roar. Ellie, really? Fucking roar. What? Achso. Na schön, brüll. Na los. So. Das ist ein cooler Ort. Viel besser als dieses Horrorpuppenladenzeug. Hm. Ist echt cool. Okay, das will ich mitnehmen. Das da. Das hier auch. Was haben wir hier? Skeleser. Skeleser. Ach, Skeleser. Ein Skelettsäer. Eine Frage stellen. Und Jake. Für deine Vorsehung oder sowas. Okay, interessant. Ask Skeleser a question and shake for your fortune. Okay. Are we gonna die today? Nothing. What a chip. You gotta turn it over, genius. Mit. Oh. Hm. Seems dreadfully unlikely. Ah. Okay, schön. Noch eine Frage. Am I ever gonna get to play a video game? Hm. Your chances are dismal. Fuck you, skull. Oh, schade. Was haben wir noch? Am I ever getting boobs or what? Okay. Okay. The spirits are quiet. Thehe. Of course they are. Hm. Okay. Keine bewährten, Geister. Hm. Kommt, überraschend. Why drive a car again? I feel it in my bones. What? Was ist das denn für eine Antwort? Hm. Are you a butt face? Hehe. I am dead certain it is true. Well, that settles it then. Okay, schön. Was haben wir noch? Are we ever leaving this stupid quarantine zone? Hm. The answer is in limbo. So, there's a chance. Okay. Komisch antworten. Will we ever get our water guns back? The spirit nods yes. Schön. Ah, you hear that? Says we're getting our water guns back. Let them go, Ellie. Let them go. Nein, niemals. Damit machen wir die Runners-Plout. Why have we ever stopped sucking at poker? I can hear you, you know. The signs aren't clear. Ah, they're still hoping for you. No, I'm going to go back. You can't talk to her. Hm. Interessant. Ist cool, aber die Antworten... ...sind komisch. Was haben wir hier noch? Anufo. Schön. Ah, so viel Zeug. Let me see this. Okay. Will Ellie ever be as funny as me? Oh, please. I'm like ten times funnier than you. He said, not in this existence. Hey, it wasn't me. Skellisier said it. Hm, klar. Well, Skellisier can suck my dick. Hm. Nice, Ellie. Thanks. You're welcome. Tja. Interessant. Was haben wir hier noch? Ist aber teuer. Candy, Wix. Okay. Ah, der. Ja, der ist cool. Den hätte ich gerne mitgenommen. In den Rucksack packen. Wann ist der Typ da? Der ist auch cool. Hm. Okay. Die Hexe weniger. Bäh. Hm. Okay. Hm. Interessant. Cool. Gargoyle. Hm. Schön. Hier ist auch noch was. Tja. Sehr cool hier. Gargoyle 2. Da. Hm. Schön. Okay. Hm. Was haben wir noch hier? Hm. Ist auch interessant. Okay. Candy, Skorpione. Schön. Das ist cool. Hm. Was haben wir noch hier? Ein paar komische Hexen. Hm. Was haben wir hier? Was ist das? Das hat mich jetzt erschreckt. Wow. Das hat mich jetzt erschreckt. Hm. Okay. Das ist ein cooler Laden. Das ist ein cooler Laden. Das ist ein cooler Laden. So, wir die holen. Hm. Hm. Okay. I am Count Dracula. We're actually Countess. Hm. I am Countess Dracula. Ja, schön. Sieht aber komisch aus. Wie so ein, ähm. Ach, an was erinnert mich das? Ich glaube an irgendeinen Fias de Vito. Aber ich weiß nicht mehr welches. True Horror Tales. Accounts of real Monsters and Spirits. Hm. Können wir das mitnehmen? Schade. Ja, ja, komm. Bitte Taschenlampe. Was haben wir hier noch? Hm. Okay. Nein, das ist ein cooler. Nein. Hm. Ha, 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 ha. The Ruby Slippers. What have you done with this? Oh, my Toto. What will we do? Ha, 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 ha. Oh, man. Hm. Ich glaube, ich will wieder tauschen. Nein, ich will tauschen. Dankeschön. Das ist cooler. So. Hm. Schön. So. Was haben wir noch hier. Hm. Hm. Ist alles leer. Schade. Alles schon gelootet. Pinke Prinzessin. Pirat. Okay. Hm. Was soll denn das sein? Hm. Hm. What do you think? Adorable. Schade. Oh. Schade. Jetzt wird's wieder ernst. Hm. Ach, Mann. Das war cool. Was denn? Nee, lass das. Was? Okay. Das Blaue gehört mir ja. Nee. Hm. So. Geschafft. So. Bingo. Hm. So. Nummer zwei. Wo ist denn hier? Schnell. Schnell, schnell, schnell. So. Hm. Was denn noch? Das da. Geschafft. Geht noch weiter, okay? So. Das ist schön. Komm schon. Schön. Hm. Wir sind der Meister. So. Tja. Schade. So. Hm. Komm schon. Gut. Und noch das letzte. Komm schon, schnell. Komm schon. Ja. Rick. Fuck. Fucking Master. Tja. Mein Auto hat schwieriger Fenster. Ja, was auch immer. Loser. Okay, Frage Zeit. Ich bin schade. Wieso bist du gegangen? Wieso bist du ausgerastet? Hat Marlene meine Mutter erwähnt? Hm. Äh. Hm. Hm. Was sagt Marlene über meine Mutter? Nicht viel. Ich habe geglaubt, dass sie Freunde waren, sogar bevor der Ausbruch. Oh, und sie sagte, dass deine Mutter eine Nürz. Eine Nürz? Wahrscheinlich haben sie viel geglaubt und kämpft, aber sie waren nah. Sieht ihr euch an? Genau. Komm schon. Ich zeige dir das Ding. Wir sind fast da. Hm. Okay. Das war schön. Hehe. Cool. Ellie. Komm schon. Ja, ja. Hm. Okay. Charlie Jones. Ha. Hm. Na, schon gehen wir. Hm. So. Tja. War jetzt nicht die beste Frage, aber ich muss mich entscheiden. Hm. Okay. Hm, na schön. Hm. Oh, was haben wir hier? Hm. Ja, ich hab's gesehen. Was haben wir hier? Warnhinweis. Oh, oh. Major Banks. Dies ist meine dritte Anfrage innerhalb vieler Wochen. Nach zusätzlichen Patrouillen in meinem Bereich. Seitdem die QZ Hartford weggefallen ist, wurde die Stadt mit Flüchtlingen überflutet. Viele von ihnen kommen durch das Einkaufszentrum, weil es hier so wenige Soldaten gibt. Diese Leute sind verzweifelt. Und wenn sie die Stadt betreten, sind sie meistens auch infiziert. Wie ich es in meinem Bericht erklärt haben musste, ich allein letzte Woche drei Infizierte der Stufe 1 ausschalten. Okay, interessant. Ich weiß, dass die Mittel knapp sind, aber wenn wir hier nicht mehr Sicherheitsleute bekommen, wird dieses Einkaufszentrum verdammt nochmal überrannt. Wir hörten überhaupt niemanden zu, der Lakai. Oh, armer Kerl. Niemand hört ihm zu. Hm. Okay, interessant. Das ist nix. Okay. Also wurde es jetzt schon überrannt oder noch nicht? Ist es kurz davor? Hm. Okay, Moment. Was haben wir hier? Hm. Strom anschalten. Okay. Okay. Und das war dann eine Aufgabe. Warte, also der ganze Mall ist auf? Let's go find out. Okay. Ist es eine Aufgabe der Firefly? Oder? Keine Ahnung. Okay. Hm. Interessant. Du 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 du. Keine Ahnung. So. So. I... I know what you're trying to do. And... I'm really glad that you're not dead. I mean... I'm glad that we're back together and... I didn't mean it. All that stuff I said before I left. Hm. I didn't mean any of it. Riley... You're such a sap. I'm glad that you started it. Oh man. Are you ready? Totally. Hm. Hm. Are you kidding? Was denn? Das Karussell? Hm. Oh man. Hm. Ja toll. Okay. Schatz Cliffhanger. Ist ja toll. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.